Oh, die schöne Bombe. Kleiner hat eigentlich auch schon mal was getroffen, oder? Nö. Hi. Ich hätte vielleicht echt eine andere Waffe gerade eben nehmen sollen. Ich bin ja. Oh, das bin ich glücklich. Ach, gibt's doch nicht. Schön, Kevin. Dem habe ich zwar 80 HP weggezogen. Oh, du musst wegrennen. Ich lauf! Wow, ganz schön knapp hier. Besser spiel als Zane hier, gleich mal. Vielleicht mal noch eine Blend mitnehmen zur Sicherheit. Oh, jetzt habe ich die Bombe. Gucken, wo die anderen hingehen. Ich glaube, hier ist die scheiß Idee, hier langzulaufen. Ich bin nicht mehr so schnell. Ich bin nicht mehr so schnell. Ich bin nicht mehr so schnell. Ich allein, oder was? Oh. Nee. Hä? Ließ mein Chat. Hier ist ein Report. Ja, ich habe direkt ein Headdy gedrückt. So. Aber direkt, halt, instant. No. Wo liegt denn die auch da drüben? Weil die liegt halt scheiße. Ach, Dreck. Was? Wer hat mich denn jetzt gekillt, bitte? Der hat uns gleich beide instant erwischt. Ja, wir standen wahrscheinlich direkt hintereinander. Oh, oben ist er, oben, oben. Nein. Ja, guck mal, das war nicht mal der, wo oben war. Ja, die sind wir uns halt voll eingekesselt. Das Problem ist, wenn die sehen, wo die Bombe liegt, dann können die einfach, weißt du, die umzingeln quasi. Ist bisschen blöd. Na, ich kauf mir einfach nur eine Pistole. Geht nicht anders. Ich habe da oben eine Waffe fallen gelassen. Ach, Mann. Ach, Mann. Nein. Ich frage, kaufen die oder kaufen die nicht? Ich habe so viel Kohle. Wie viele hast denn du? Keine Ahnung, ich habe mir auf jeden Fall eine AK wieder gegönnt, Granaten gegönnt und Kevlar und Helm. Höh, höh, höh. Boah. Helm, wir leben schon wieder weg. Ops, das ist er. Ach, genau. Links ist er. Ach, Mann. Es gibt's doch nichts. Hi, kein Gehirn von. Ich habe keine Ahnung, auf so ein Rang ich bin, weil ich das letzte Mal vor, weißt du, geil, wie viele Jahre gespielt habe. Ne. Ist doch scheißegal. Ne, hat nur gerade einer halt im Chat gefragt. Ach so. Na, bei mir läuft's auch nicht. Habe ich schon gehofft, dass ich hier in den ersten, keine Ahnung, sechs Runden bestimmt zehn Leute hole, aber... Ach, Mann. Geil, Bombe direkt auf B, oder was? Der letzte schon wieder, oder was? Ja, ja. Ach, verdammt. Habe ich genau reingeguckt. Ja, ich dachte, die kommt vorher auf. Ach, dann mach ich mal eine Runde. Na, ich spare mal eine Runde. Der macht gar keinen Sinn. Ich gebe es eh gerade voll aus der Hand, Till. Let's go, let's go! Ach, da kommt man nicht hoch? Was? What the f**k? Von wo? Auf A Er blockt doch nicht, das kann ich leiden Wuhuuu 5k das müsste reichen für die nächsten paar müssen vielleicht echt einen tick langsamer spielen die sind relativ offensiv für dich yep du die bombe ach nee die liegt oh mein gott weiß wo ich mich doppelte denn bei dir das push-to-talk aktiviert ist oder so wie homo ich hab die bombe last b gegeben oh zeit läuft auch demnächst ab pass auf dass du da nicht stirbst ich guck hinten ok spiel einfach auf zeit ja spiel auf zeit versteck dich die müssen kommen versuch schon mal weg zu kommen ach verdammt hinten im tunnel war auch einer es gibt doch nichts ja die geht aber hoch alles gut ja trotzdem der hätte sterben müssen voll in sein face geschossen hauptsache mani oh 2 auf b ok 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 Ach mann Ist auch bloß da mit seiner scheiße Arbel Wie ich sowas leiden kann Ach genau Ich hoffe in denen leben ja noch fünf Ja die spielen ja auch wie irgendwelche Lappen Stecken sich hinter irgendwelchen Kisten, dass gerade so der Kopf raus guckt Und warten halt ein Ja muss halt langsam machen Ich war nicht schnell, ich war leider langsam Aber hinter diesen scheiß Kisten mit ihrer Farbe von dem Anzug sehe ich die halt kaum Ja gut das sind halt die Camper Kisten da Einer war noch links Ah Zeit Ah der saft ihn nur seine Arme Joa wieder eine Echo Runde Nix gibt's Na ich habe nicht Echo gemacht, die habe ausgegeben Hatte 7k Ja Na einer war da Alles klar, genau mich Ja 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 Aber einer habe ich mit der Pistole erwischt Ja Na der kommt hinter ihm Oder vor ihm Ja 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 Ach meiß. Ich weiß schon, warum ich das Spiel nicht spiele. Immer diese scheiß A-Werke im Camp-Better. Naja, du läufst aber auch immer in der Mitte, wo halt echt A-Wis-Bot ist. Es ist überall A-Wis-Bot. Ob du auf A lang läufst, ist A-Wis-Bot. Ob du in der Mitte lang läufst, ist A-Wis-Bot. Wenn du auf B lang läufst, ist A-Wis-Bot. Es ist egal, welche Richtung. Ah, ich bin erledscht oder was? A-Wis-Bot. Ach, von wo? A-Wis-Bot. Ne, also auf B nach unten ist sicher kein A-Wis-Bot, Kevin. Nur mal so, gell? Wow. Da, wo halt kein Bombe ist. Dafür aber alle anderen zwei Seiten von B. Ja, muss ja mit Rauchgranaten arbeiten. Ach, ich scampte da wiederum. Ich hab keinen Bock. Das ist ja noch Scheiße. Boah. Boah. Ach, komm, sowas von verzogen. Na, es geht aber noch ne ganze Weile, ey. Wir haben nämlich mal die Hälfte. Ich kaufe ihm mal ne Zeus. Hm. Ich sehe jetzt letzte Runde einen Seitenwechsel. Ah. Einen Schuss, dann ist es weg. Ja, dann, genau. Aber es tötet halt, den du auf nem Meter nur stehst. Ich versuche, dass wir eine الر Dee holen sind. Ichstiere Fre Grenade. Ich schaffe, um das Ge Rock ein an irgendetwas. Ich Agreste sehr gut. Ich schaffe بين ... ach komm jetzt kann ich Kevin coachen kannst du eigentlich sicher sein, dass, na ne da ist was wenn wir so einen schliefen sollen, sag es halt alles gut er geht halt echt noch 15 ja, nicht unbedingt, aber falsch da musst du halt auch erst wieder reinkommen weißt du war ich noch nie da wirklich drin Gute Spiele sind einfach nicht meine Spiele echt, okay safe der letzte Runde ich mach mal schnell Licht oh so, oh man mein Kevin wir können einfach immer B gehen von mir aus wir zwei immer nur B safen dann lernst du zumindest B kennen ich glaube B haben wir sie vertrieben oh, doch nicht ich bin auf B nein klaut er dir den Kill komm du musst da drauf die sind schon dran vorne liegt schon oh mein Gott die smoke blind durchlaufen hehehe hehehe kein Kit da lieber mal gesaved da lieber mal gesaved also ich geh mal B, okay Kevin, falls mich suchst auf B bisschen rumsnipern Go 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 wo man die smoke gesetzt hat die war fähig oh die sind auf A ja ach geil ah, ich glaub das verlieren wir hehehe man bräuchte mir jetzt schon mal kurz ne 4er Winning Streak ich sehe ich damit die echt gar kein Geld mehr haben und wir massig ich hab jetzt ne Waffe ich sehe ich das ach ach Ahhhh Komm um die Ecke ein Schuss und schweber Nein 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 Guck mal Nein Der hat noch 13 HP Ist klar Na der hat dich schon gesehen wo du gesprungen bist glaube ich Ja gesehen habe ich ihn davor auch schon Aber das scheiß Spiel trifft er mal wieder nicht Oh oh Aber manche hinschießen hier Das ist wild Ich spar jetzt mal auf ne Awe Wurde einfach mal auf B reinrushen Das könnte ich auch mal machen Ja das ist ne gute Idee B rush Ach genau Au Ah Ah Ja okay man Ja Wie geil der hat schon mal daneben Ja 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 ich lebe nur noch einer die müsste halt finden lauf einmal zu sich an und auf a zurück nein ich setze den Scherf renn mit dem Messer und den Scherf jetzt findet er sie nicht hey du hast ein Kind jetzt comeback ich kann immer noch keine AW kaufen ach genau oh 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 Ui Bombe da Bombe da Bombe da Bombe da Ah man Wo ist denn der das jetzt, dass ich da stehe? Ach geil Hat sich wieder richtig gelohnt, die Argel. Ich mache mal ein bisschen Dual Barretta Action. Ach komm. Dual Barretta. Ich glaube eine der schlechtesten Waffen. Ach so? Ah, noch eine Runde Kevin. Ich bin einfach kein Shooter-Spieler. Ja, warum fragst du dann mich nach, ob wir nach einem Shooter-Spiel? Ich habe dich gefragt, was du für ein Spiel spielen willst. Shooter oder eher was. Ach so, ah ok. Ja, weil Destiny ist ja quasi auch ein Shooter, deswegen. Ja, aber es ist wieder ein bisschen anders. Da schon Fähigkeiten und sowas. Oh, sowas mache ich auch. Ich habe einfach nicht so die Präzision und die Reaktion vor allem. OP ist komplett leer gewesen. Hm. Oh. Ach. Oh. Oh. Ah. Nooo! Please, lasst mich am Leben. 15, 15... Die Waffe von Grad war lustig. Das ist eh letzte Runde. Kannst eigentlich alles kaufen, was du willst. Weil wenn wir verlieren, ist es gelaufen. Au! Nein! Fast hätte ich ihn geneift. Ist er auf B durch, oder was? Nee, A. Nein! Fast hätte ich ihn geneift. Die Bombe liegt doch noch, oder? Da... ... ... ... ... ... ... Der Nerf mit seinen Schüssen Der Typ saved bestimmt Ach, da ist er doch Gerade wollte ich sagen, links von dir lädt einer nach Ich dachte auch noch, ich hätte irgendwas gehört Egal, kauf mir noch mal eine Abel Glück haben wir Money Das ist wohl jetzt was, ich hab die Ködergranate Ja, ich auch Ach, gibt's doch nicht Ja, okay, das war's Schon drei Daumen Aber ich bin ja noch da Wir sind auf B Ja, komm um die Ecke Snipe Der hat dich gehört, du bist schon da voll hergetrampelt Der saved Safe last round Ja, gut Ach so, ich kann uns gleich gucken, wo du eingelöst Eingerankt bist du schon Rang 36, Brigade General Was? Ne, ne, das ist was anderes Ach so Yes, ich hab was bekommen, versiegeltes Graffiti Ah ne, wir sind beide noch nicht eingerankt Eingerankt Okay Thank you Thank you Thank you Thank you